Willkommen in der Welt, Rihanna und Adola Abrocki stellen Söhnchen-Reihe-Trose vor. Los Angeles, Pop-Superstar Rihanna, 35, Diamonds, hat nach der Geburt ihres zweiten Kindes erstmals Fotos des Babys in ihren sozialen Medien veröffentlicht. Willkommen in der Welt, Rihanna-Rose, schrieb die Sängerin am Dienstag, Ortszeit, auf Instagram zu mehreren Bildern des kleinen Jungen, in einem rosa Strampelanzug mit weißen Söckchen. Auch sie selbst und ihr Partner, US-Rapper Adola Abrocki, 34, Brace DeLord, sind zu sehen. Auf Instagram-Story postete sie zudem Aufnahmen von der ganzen Familie zusammen mit dem im Mai 2022 geborenen Sonitzer. Die von der Karibikänsel Barbados stammende Sängerin hatte die zweite Schwangerschaft im Februar nach einem spektakulären Auftritt in der Halbzeitshow beim Superbowl der National Football League, NFL, bekannt gegeben. Laut US-Medienberichten brachte die Grammy-Gewinnerin das zweite Kind im August zur Welt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020